Skyline Berlin, Party News. Nicht verstanden, worum es geht? Macht nichts. Erstmal hin, Adresse wird auch angesagt. Techno-Seed, Techno-Wave 9. Ort, Kulturhaus, Elektro-Kohl, Lichtenberg. Im Ostgängene Bezirk Lichtenberg, so verrät die freundliche Telefonstimme, trifft man sich zur geselligen Rave-Line oder wie Kenner sagen zur Ecstasy-Dance-Party. Kurz XDP. Wie beschreiben die Wissenden die Wirkung der neuen Töne? Das ist Musik, die in die Hüften geht. Das ist Musik, die den ganzen Leib durchzuckt. Das ist die einzige wahre Musik, die wirklich zum Tanzen da ist. Es gibt keine andere Musik. Gibt es auch einen Namen für die Musik? Na, Techno-Musik. Techno, das Zauberwort bringt die Szene auf Trab. Wolle, der Ost-Berliner Veranstalter, kennt sich noch besser aus. Ja, das ist also Techno-Seed. Das ist eine Techno-Rave. Also eine Rave im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Dance-Party pur. Tanzen, tanzen, tanzen ist das Hauptthema. Und ja, die Musik ist Techno-House, Industrial Hip-Hop, Acid, New Beat. Also alles, was elektronisch ist und elektronisch danzt, tanzbar ist. Hat er nicht recht? Ein Fachmann ohne Fehl und Tadel. Nur mögen die Berliner sowas eigentlich? In Berlin ist es ganz eigenartig. Die paar Leute fahren hier nur auf ultra-hard ab. Also woanders versucht man das mit Pop irgendwie und versucht die Leute auf ihren Pop reinzukriegen. Aber hier ist es genau umgekehrt. Hier muss man so ultra-hard, wie es der Schmack eigentlich gibt. Also ich stehe auf dem ganz, ganz schweren, schweren Industrial Hip-Hop Beat. Und das kommt bei den Leuten auch echt am besten an. Dem aufmerksamen Beobachter entgeht nach ausdauerndem Zuschauen die Spielregel nicht. Hier ist sie. Wenn du zur Reef-Party gehst, um Techno-mäßig, also im Sinne von XTC-Dance-Party, kurz XDP, abzurocken, dann vergiss die Triller-Pfeife und den Leuchtstab nicht. Doch woher kommen bloß die vielen bunten Lichter? Ja, das weiß keiner genau. Nur die Leute, die wissen, wo es gibt, die wissen auch, wo es gibt. Und daran erkennt man eben die Leute. Die dazugehören. Genau, die dazugehören. Und was macht man mit diesen Lichtstäben? Wackeln. Tanzen. Ich meine, man muss die schütteln, damit die überhaupt leuchten. Und das geht durch das Tanzen. Und deswegen kommt eins zum anderen und das gehört unbedingt dazu. Technozid ist angesagt. Ganz Berlin steht jetzt auf Reeflein und XDP. Haut rein, Leute. Die Partys machen Spaß. Tja, das waren unsere Tipps zum Tanzen. Erster Teil. Nun wissen Sie fast Bescheid. Aber es gibt noch einen Geheimtipp hier bei uns in Berlin. Wir haben ihn die ganze Nacht gesucht und gefunden. Den Tresor. Einem Bunker hier unter dem Potsdamer Platz, wo nachts um drei noch der Bär los ist. Aber leider kann ich Sie erst im nächsten Hallo Berlin dorthin entführen. Denn unsere Sendung ist leider schon wieder um. Aber wir sehen uns ja bald wieder.